Also ganz ehrlich Leute, langsam entwickeln sich diese Magazine hier zu den besten Lego Star Wars Sets, die wir überhaupt so bekommen. Hey lieben Brixis und ein herzliches Willkommen hier zum neuesten Lego Star Wars Magazin, der Nummer 85 vom 25. Juni 2022. Für 4,99 Euro bekommen wir hier nicht nur eine grandiose Minifigur, schauen wir uns alles gleich natürlich an, sondern auch ein Kartenpack und eine Limited Edition Obi-Wan Kenobi Karte eben von der Serie 3 der Trading Cards. Und ja, ihr habt richtig gehört, das Ding kostet tatsächlich wieder 4,99 Euro und es gibt schon wieder ganz ganz viele Leute, die sich im Netz drüber aufregen. Ich will euch an der Stelle allerdings beruhigen, wir hatten das nämlich schon einmal und zwar beim Five or First Trooper. Das Ding hat auch 4,99 Euro gekostet und da hatten wir auch ein Kartenpack mit dabei der Serie 3 und danach waren diese Kartenpacks nicht mehr dabei und dann hat das Ding wieder 4,50 Euro gekostet. Das heißt, ich denke schon, wenn das Kartenpack nächstes Mal nicht dabei ist, dass das Magazin weiterhin bei 4,50 Euro ist und diese 50 Cent Aufpreis einfach nur für das Kartenpack sind. Heute müssen wir also über drei Dinge im Speziellen sprechen, nämlich zum einen natürlich der coole Darth Maul, den wir hier als Minifigur mit dabei haben, dann haben wir natürlich die Karten hier mit drin und das dritte wirklich, wirklich fantastisch und ich glaube sogar, das ist noch viel, viel cooler als das, was wir in diesem Magazin drin bekommen. Das sehen wir hier gleich auf der letzten Seite, nämlich das, was im nächsten Magazin kommt. Und bevor wir beginnen, noch ein kurzer wichtiger Hinweis und zwar wurde dieses Video wie immer gesponsert von Schmidis Shop. Das ist ein Online-Shop für eben genau diese coolen Lego-Magazine. Das heißt, wenn ihr das bei euch partout nicht findet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch Schmidis Shop einmal verlinkt. Schreibt ihm auch gerne, der ist auf Kleinanzeigen aktiv. Schreibt ihm auch gerne, dass ihr von mir kommt, da freut er sich. Da freue ich mich dann auch drüber, wenn ihr mir ab und zu mal davon erzählt. Und deswegen guckt er gerne vorbei, er verkauft ihr dann eben online. Und ihr müsst euch eben nicht drum kümmern, wenn es das bei euch gar nicht gibt. Deswegen schaut gerne bei ihm rein, er würde sich sehr freuen, ich mich natürlich auch. Und jetzt geht es aber auch los und wir gucken uns das Magazin einmal kurz an, weil wie gesagt, die letzte Seite, die ist ultra, ultra cool. Und ich versuche hier gerade mal die limitierte Karte noch abzubekommen. Also wie gesagt, drei Extras haben wir hier auf jeden Fall mit dabei für 5 Euro. Ich finde, das ist sogar in Ordnung. Gucken wir uns gleich aber natürlich die Minifigur an, weil die ist richtig, richtig cool. Aber nichts im Vergleich zum nächsten Magazin. Auf der ersten Seite kurze Übersicht. Hier haben wir natürlich den Darth Maul. Was natürlich jetzt wieder spannend ist, sind die Poster. Gucken wir uns auch gleich an. Da ist vor allem eins dabei, was ich richtig, richtig cool finde. Hier haben wir also das erste Comic. Ich überspringe die immer ganz gerne, weil natürlich ihr dann auch ein bisschen Überraschung haben sollt. Und jetzt haben wir hier gleich das Poster, was ich meine. Und zwar ein cooles Mandalorian-Poster. Und das Ding hier ist wirklich wahnsinnig cool. Ich weiß nicht genau, warum sie es in die Innenseite gepackt haben. Oder Außenseite, dass man es hier eben nicht ganz gut sehen kann. Aber dieses Poster hier, das würde ich mir auch selber noch hinhängen, weil das sieht richtig, richtig cool aus. Das andere persönlich finde ich auch in Ordnung, aber es ist jetzt nicht irgendwie was, was ich mir hinhängen würde. Volle Vorsicht vor der dunklen Seite. Und dann eben so ein gezeichneter Vader hier und so Stormtrooper. Sieht auch mega cool aus. Oh, den Imperator habe ich gar nicht gesehen. Aber sieht auch mir mega cool aus. Aber würde ich mir tatsächlich nicht so hinhängen, weil es für mich nichts ist, was wirklich so cool aussieht. Der Mandalorianer schon. Also das würde ich mir, glaube ich, hier auch in die Tür hängen. Hier haben wir dann noch ein paar Rätsel, wie das halt immer so ist. Und wir kommen tatsächlich dem nächsten Magazin schon ein bisschen näher. Wir müssen hier ganz kurz nochmal... Sind das Mandalorian-Super-Commandos? Oh, wie gemein ist das denn, die hier noch abzubilden. Also Darth Maul, cool, super cool. Aber die Dinger sind halt super teuer. Ich glaube, 20 Euro das Stück kosten die auf Ebay etc. Und deswegen ist es schon ein bisschen gemein, hier so ein Comic reinzubringen, wo eben genau diese Mandalorian-Super-Commandos zu sehen sind. Und damit sind wir auch schon auf der letzten Seite angekommen. Und natürlich auch dem spannenden Punkt, was kommt im nächsten Magazin? Es wurde ja schon ein bisschen gespoilert von vielen Leuten auf Instagram etc. Und ich habe es ja auch schon so ein bisschen gespoilert in meinem letzten Haul-Video. Jetzt wird es allerdings richtig cool. Und zwar das nächste Magazin enthält einen wirklich coolen Mandalorian-Warrior. Also die Figur, die es bisher nur in dem Mandalorian-Starfighter gab und die eigentlich auch relativ teuer ist. Und das Ding werdet ihr dann wahrscheinlich für 4,50 Euro bekommen. Ich kann es nicht garantieren. Wie gesagt, es kann auch sein, dass wieder ein Kartenpack mit dabei ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich, dieser Mandalorian-Warrior, der wird so viel gekauft. Also sowohl von mir, ich glaube aber auch, dass ganz, ganz viele andere sich eine Armee von dem Ding aufbauen werden, weil es eben bisher nur ein einziges Mal in diesem einen Set drin war. Also die nächste Ausgabe erscheint am 30. Juli mit dem wunderschönen Mandalorian-Warrior, einer limitierten Karte Nummer 15 aus der Trading Card Serie 3 von Darth Maul. Ich verstehe nicht, warum sie hier nicht drin ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und einem richtig coolen Poster. Hier unten haben wir nämlich Boba Fett auf dem Thron. Also quasi das Poster von der Boba Fett Serie. Und das kriegt die ja einfach so mit drin. Ich finde das richtig klasse. Und alleine deswegen, glaube ich, lohnt sich dieses Magazin zu kaufen, wenn man schon den Mandalorian-Warrior nicht braucht. Und bevor wir uns auch gleich schon um die wunderschöne Darth Maul-Figur kümmern, wollte ich nochmal einen kurzen Blick hier in die Lego Star Wars Trading Card Serie 3 werfen. Wir haben ja eine Karte mit dabei. Das ist die Limited Edition Obi-Wan Kenobi. Also eine wirklich, wirklich coole Figur hier mit glänzenden Logos da in der Rückseite und einem blauen Hintergrund. Finde ich richtig, richtig klasse. Ich habe das Ding ja schon komplett. Also ich habe mein Sammelalbum voll. Natürlich die limitierten Karten nicht. Das heißt, die sind hier immer noch nicht ganz vollständig. Und ich hoffe natürlich immer darauf, meine Five of First Legion Clone Troopers ein bisschen weiter zu vervollständigen. Deswegen, wir haben ja gleich noch so ein Kartenpack, was wir hier auspacken können. Hier erstmal die limitierte Nummer 14 rein. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass hier drin auch einer von der Five of First Legion drin ist. Das wollen wir jetzt einfach mal rausfinden. Und ich öffne das Pack, was jetzt bei mir einmal dabei ist. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was so bei euch dabei war. Und wenn ein Five of First Trooper drin ist, dann schreibt es bitte nicht rein, weil sonst bin ich sehr, sehr neidisch. Wir haben auf jeden Fall einen selbstsicheren Count Dooku, einen Sturmtruppler, der Scharfrichter der Ersten Ordnung. Dann einmal die Jedi. Oh, sehr, sehr cool. Ich liebe ja diese schwarzen Hintergründe. Einen Tauntown haben wir mit dabei. Und einmal Grogu und den Mandalorianer. Und damit kommen wir auch schon zum besten Extra des heutigen Lego Star Wars Magazins. Und zwar der Figur von Darth Maul. Und ich kann dazu gleich zwei wunderbare Sachen sagen. Und zwar zum ersten, die Figur ist natürlich nicht exklusiv. Das heißt, die haben wir so schon mal bekommen, nämlich im Duell on Mandalore der 75310. Und dieses Set hier, das wird demnächst EOL gehen. Ich will allerdings an der Stelle sagen, wenn ihr dieses Set noch nicht habt, aber das Set, was hier drüben steht, nämlich der AAT, dann kauft auf keinen Fall dieses hier, weil das hat man eigentlich nur rausgebracht, damit eben Darth Maul rauskommt und die beiden so ein cooles Duell haben können. Aber der Thron da drin, der ist nicht wirklich wahrscheinlich wertig zu kaufen. Ich finde diese kleine Zelle eigentlich noch ganz nett, aber der Thron an sich ist wirklich relativ klein und das Set eigentlich auch ein bisschen teuer. Deswegen, wenn ihr den AAT habt, weil ihr ja eben den Clone Trooper und Ahsoka haben wolltet, kauft einfach dieses Magazin für einen Fünfer, anstatt das hier für 20 zu kaufen und eine Ahsoka doppelt zu haben. Und die zweite Sache, die speziell ich zu diesem Pack sagen kann, ist, dass das hier nicht das erste Mal ist, dass ich das in der Hand halte, weil tatsächlich ein Zuschauer von mir dieses Pack mir schon zugesandt hat und das sogar schon vor einem Monat. Ich habe keine Ahnung, wo er das Ding schon her hat, aber ich kann an der Stelle auch schon mal sagen, ich habe hier auch schon das Nächste. Also das hier ist tatsächlich das, was eben in dem Magazin quasi für den nächsten Monat vorhergesagt wurde und er hat es mir jetzt schon zugeschickt. Das heißt, er hat irgendwie Connections oder hat das halt irgendwo auf dem Flohmarkt gefunden. Das heißt aber natürlich auch, dass ich dieses Pack hier schon mal vorgestellt habe und auch die Figur hier schon bei mir liegen habe. Und der Grund, warum die zwei Torsos hat, ist, dass bei meinem letzten Unboxing, wo ich das Pack ausgepackt habe, tatsächlich zwei Torsi in diesem Pack drin waren. Ihr könnt euch das Video gerne anschauen. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung oder auch am Ende dieses Videos. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, das Pack kommt normalerweise nicht mit zwei Torsi. Das ist jetzt nur bei mir der Fall gewesen. Und bevor ihr fragt, ich habe natürlich dieses Pack eben nochmal durchgefühlt und da ist kein zweiter Torso drin. Also es war klar, es ist natürlich nicht immer irgendwie was Zweites drin. Hier haben wir auf jeden Fall die wahnsinnige Figur. Ihr kennt sie ja wahrscheinlich schon. Wie gesagt, es ist die gleiche wie aus dem Duell on Mandalore. Das Ding ist wirklich fantastisch. Und wenn ihr die Figur noch nicht habt, dann ist das hier wirklich das Magazin für euch. Hol's euch auf jeden Fall. Die Figur sieht nämlich in jedem Regal einfach nur cool aus. Was mir jetzt speziell an dieser Figur nochmal aufgefallen ist oder speziell an diesem Pack ist, wir haben ja ein Doppelklingenlichtschwert. Das ist ja relativ normal. Allerdings stellt gerade Lego ein bisschen um und zwar von den normalen durchsichtigen Klingen auf die milchigen Klingen. Und ihr könnt schon sehen hier vorne, das ist eine milchige Klinge. Ihr könnt aber auch sehen hier hinten, das ist eine normale durchsichtige Klinge. Und die waren tatsächlich beide so bei mir im Pack mit drin. Und das ist mir eben gerade erst aufgefallen, dass eben hier einfach beides gemischt wurde. Und das finde ich eigentlich echt cool. Also ja, es ist irgendwie doof, aber andererseits auch irgendwie lustig zu sehen, dass man hier gerade mitten im Übergang von den einen Klingen auf die anderen plötzlich beide in einem Pack bekommt. Also, kann ich das Heft empfehlen? Auf jeden Fall. Die Figur ist wirklich wahnsinnig klasse, aber an der Stelle natürlich, wenn ihr sie schon habt, dann kauft das Magazin nicht. So einfach ist es, ihr wisst es selber, dann spart euer Geld auf jeden Fall nämlich für das nächste Magazin mit dem Mandalorian Warrior drin. Diese Figur, die wird wirklich wahnsinnig klasse und davon könnt ihr dann eben auch ganz, ganz viele kaufen, wie von dem Five of First Troopers. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ihr diese Figur noch nicht habt, dann nehmt dieses Heft auf jeden Fall mit, weil es wahrscheinlich das letzte Mal sein wird, dass wir die in irgendeinem Set bekommen werden. Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu diesem Heft unten in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr zu diesem Darth Maul generell sagt oder auch, dass wir jetzt eben Figuren aus normalen Sets in solchen Magazinen bekommen. Und schaut wie gesagt gern bei Schmidis Shop vorbei, den habe ich euch unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt. Der hat dieses Magazin auch im Sortiment. Das heißt, wenn ihr das partout bei euch nicht findet, dann könnt ihr das immer noch online kaufen und dann quasi zu euch liefern lassen und euch quasi den gesamten Stress ersparen. Ansonsten, wenn ihr mein neuestes Haul-Video noch nicht gesehen habt, dann schaut da auf jeden Fall gerne rein. Da habe ich nämlich einige richtig, richtig coole Sachen auspacken können. Unter anderem die neueste Fan-Zusendung von Mr. X, nämlich hier die neuesten Lego Star Wars Magazin-Extras. Das ist der Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da rankommt. Und ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.